Ach, das haben wir, glaube ich, schon bei Claire auch schon kaputt gemacht. Oder die Dinger werden uns jetzt auch nicht mehr angezeigt. Das wäre dann aber blöd. Blöd, 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 blöd. Immer die Berge. Wie komme ich jetzt an... Dingssitten drauf. Da vorne ist etwas. Sei vorsichtig. Ich bin immer vorsichtig, kleine Lady. So, da ist noch ein Item. Gewehrmunition, das kann doch hier Barry gut aufnehmen. Okay. Das heißt, wir müssen irgendwie... ...unter die Erde? Ich verstehe gar nichts mehr. Okay, hier kommen wir nicht durch. Na ja. Okay, da war das erste Viech, was wir gekillt haben. Hä? Ach so, Steinchen. Hier waren wir doch drin, oder? Nein, waren wir nicht, oder? Äh, haben wir diese Insel angeschaut und ein halben Buch entdeckt. Doch, das haben wir schon gelesen. Ja, das war ja hier in dem Zimmer mit dem... ...mit der Läsche. Pistolenmunition, ja, das kann Barry mitnehmen. Na, die Kleine geht mal lieber voraus. Der traue ich mehr zu als Barry. Ich weiß gar nicht, ob ich hier jetzt richtig bin. Ich glaube eher, dass das der Weg wieder zurück ist. Ja, das ist der Weg zurück, ja. Ist ja auch irgendwie logisch. Gott, habe ich mich jetzt ernsthaft hier im Spiel verlaufen? Halt, Moment, aber viel. Ach so, das war wegen dem Steinchen. Nimm, 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 nimm. Ich brauche meine... Nein, du sollst kein Krautmampfen. Habe ich hier keine... Nein, habe ich nicht. Ich bräuchte nur mal ne Map. Eine Map, eine Map, eine, eine, eine Map. Bum, bum, bum. Kann man da die Tür vielleicht öffnen? Nope. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fühle mich so allmählich, ein wenig verarscht. Da ich jetzt in this very moment nicht weiß, wo ich hin muss. Kaputte Leiter. Okay, da haben wir ja schon so ein Viech gekillt. Ich kann Natalia nicht allein lassen. Ja, da muss Natalia nur mitkommen. Toll, dann war ich sogar schon bei der Lösung. Des Problems. Aber unsichtbar ein Gegner, da bin ich mal vorsichtig. Okay, haben wir hier noch irgendwie... Ne. Immer vorsichtig. Hier bin ich schon mal lang. Moira war vielleicht auch hier. Es ist so dunkel. Hab Angst. Es stinkt sich bestimmt jetzt, die kurze. Wollte grad sagen, ich seh nix. Ah, okay, das war L3 für die Taschenlampe. Das Monster kommt! Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, er. Wir schleichen mit dir kurz in hier entlang. Tralala. Und wie immer habe ich einen... Hoi! Die Samurai-Edge ist gut. Ah, hier oben geht's raus. Gehen wir doch ganz, ganz schnell mal lang. Ich will raus aus diesen Kanalisationen, da ist es mir zu dunkel. Viel zu dunkel! Und jetzt regnet's. Ist dir auch warm genug? Ich komm schon klar. Wo sind deine Mom und dein Dad? Genau, wo? Gestorben. Oh. In Terra Kitschia. Oh. Du warst da, als die Stadt gefallen ist? Tut mir leid. Das war bestimmt nicht leicht. Du bist ein toughes Mädchen. Danke. Leute wie ich sollten eigentlich Leute wie dich vor Bioterroristen schützen. Wir hätten euch nicht im Stich lassen sollen. Wo bist du danach hin? Terra Safe hat mich in ein Heim gebracht. Eine Anstalt. Tut mir leid, Natalia. Ich werde keine Fragen mehr stellen. Dann ist ja gut. Okay, wir gehen schnell durch diese Tür. Eine Dose. Eine Dose. Auch Pulver. Oh, wer beobachtet uns denn da? Was hat hier auf mich gewartet? Nichts. Können wir gehen? Hä? Hä? Was hat hier auf mich gewartet? Da vorne ist etwas. Sei vorsichtig. Vorsicht ist mein zweiter Freund aber. Okay. Okay, dreh dich wieder um. Dreh dich um. Oh shit, 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 shit. Oh shit. Das Monster kommt. Das Monster kommt. Mann. Hier eine Pastanelle. Kann ich hier rein? Tatsache, ich kann da rein. Will ich hier rein? Okay, wir haben oben hier unten Gegner. Genau, deswegen gehen wir ja auch erstmal oben rum. Was nicht geht. Obwohl, vielleicht ja doch noch einen Stockwerk höher. Na, super, Bräumbohrer, also. Hat sich das hier auch erledigt? So ein Mist. Also gehen wir jetzt durch die Tür. Okay, wir machen uns jetzt bereit. Oh, scheiße, Dreck. So. Brenne. Elendes Vieh. Oh, da haben wir noch Verbandszeug. Wir haben Stoff. Wir haben den Stoff, haben wir. Staubblutung und Haltwunden auch vom Partner benutzbar. Okidoki. Oh, die Kurze hat da was gesehen. So, das passt sich schon alles so. Ah ok, so kommen wir also nach oben. Da. Magnum. Ich hab zwar keine Magnum, aber ist ja egal. Immerhin hier drinnen ist es trocken. Will der mir gar nicht folgen? Schleicherangriff! Und jetzt machen wir die Kiste kaputt. Ah, ok, da können wir nur drauf kraxen. Ich weiß völlig, was das jetzt bringen soll. Moment, kurze, kurze Back in Action. Sag ich mal. Kleine, schön vorsichtig. Aufklärung. Wow! Oh! Wasp. Oh, halt, halt, halt. Da haben wir wieder was für die Kurze. Okay, da schon mal nicht. Dann vielleicht hier. Müsste das hier sein. Bäm. Ha. Gute Intuition heute. Oh, was haben wir denn da? Erweiterungstasche für Nataliana. Endlich. Hm, apropos kleine Natalia. Ist hier noch ein Gegner? Nein. Schön. So, da können wir nur oben rauf. Okay. Okay, dann geht das wahrscheinlich hier in dieser Ecke hier weiter. So. Barry, hochheben. Krabbel, krabbel, krabbel. Ich bin hier wieder draußen. Ha, muss es hier mal regnen. Mmm. Bye. Bye. Vielen Dank.